Willkommen zurück zu let's play the legend of zelda twilight princess yeah so wir sind ja hier vorm schloss hyrule und wir haben ja hier im letzten part und bisschen umgeguckt hier im schlossgarten wenn man das so nennen kann haben wir schlüssel besorgt wir können jetzt reingehen der letzte dungeon wir öffnen die tür und mal schauen was uns erwartet wir wollen ja zu gannendorf okay epische musik so okay okay ja kleinere gegner wie man sie kennt geht weg oh so na komm wollt ihr sterben ihr lila menschen oh da sind doch zwei so jawohl gerade noch so gelappt oh was okay das kommt sie mit dinos wow gefährlich ich bin noch nicht heiße okay war es das nur jemand wo fax machen wird oh ja alter man kann ich habe ja da steht manchmal was was ich drücken kann schilder attacke helmspalter mache ich gerne den brauche ich auch die attacke brauche ich manchmal für bestimmte gegner oder habe ich gebraucht weiß gar manchmal aber irgendwie konnte ich mich daran erinnern dass ich eine oder mehrere okkulte künste hier im schloss auch brauche beziehungsweise sie sind dann von vorteil natürlich wenn man sie hat eine truhe komm ich da denn hoch erstmal hier umgucken wir gucken erstmal auf die karte ach so das ist immer noch okay also das außen da waren wir schon dazu im prinzip haben wir schon angefangen so groß ist das ding nicht große räume aber nicht wirklich viel die truhe war da vorne ich glaube ich kann mich hier an den an den kronleuchtern hochziehen mit den greif haken ja komm probiere brauche ich jetzt genau wird er wieder nicht wirklich nicht so na ging das nicht irgendwie achso jetzt zu zu kurz die schweißer ok da kann ich drauf gehen jawohl perfekt so geht das loslassen achso das war die truhe na was haben die denn da oh der kompass wow das ging aber schnell ähm gerne darf natürlich ganz oben ok ich weiß jetzt gar nicht ob es die herzelle gibt es wäre natürlich schon lässig wenn ich die auch bekomme obwohl ich ja gar nicht mehr nach herzellen suche beziehungsweise ich weiß ja wo die sind oder so spiele mache dass ich sowas bekomme da kann man reingehen ja ich kann auch nicht weiter ja so ein bisschen kann ich mich jetzt daran erinnern ich weiß aber nicht mehr genau wie lange ich dafür gebraucht habe das zu kennen doch aber ah genau bei dem hier braucht man den helft weiter wie ging das nochmal wo der kraft an ich muss kurz nachgucken ich habe nicht mehr gespielt nein ich briefe kulte künste heimspalte ok einfach anwischen und auch genau das habe ich auch probiert also ich muss äh schwert weg stellen doch irgendwie so perfekt genau ja schildattacke und dann jawoll ähm das klappt doch ja wenn man die technik drauf hat dann geht das leicht wenn man nicht immer draufhauen einfach das bringt mich immer viel ich glaube am anfang habe ich mich da echt dumm angestellt mit dem so alle wie viel rüstung man haben kann naja jetzt jetzt geht ab aber denke das kriegen wir auch hin na komm ok jetzt habe ich so ein bisschen drauf gehauen weil ich habe es nicht genau wie der geht wenn man den am besten klingen kann er ist nämlich ganz schön flink aber nicht flink genug für link man hört mich bestimmt extrem schütteln also im Fernbedienung schütteln ne das ist was ich meine ok ein ruhe da oben ok was geht ihr denn für dinge ah füllen ähm haben wir hallo mein ding reagiert nicht ok öl brauen wir bestimmt sonst wärs da nicht gut ich denke eins reicht moment komme ich da hoch irgendwie wie komme ich da denn hoch ah die muss ich anmachen äh wo ist ne moment da muss doch irgendwas liegen oder man muss ja irgendwie hier anmachen liegt da irgendwo ein stab rum äh ich bin gerade ein bisschen überframt aber ich weiß nicht mehr ich habe so lange nicht mehr gespielt ähm zieht der kaputt wie mache ich denn hier die lampen an geht das einfach mit öl ne ne ähm wer weiß es gerade nicht wie man sowas anmacht achso mit mhm ich habe ja eine lampe ja so war das achso ok achso das macht dann so eine treppe an ok gut ach ich habe total vergessen dass ich eine lampe an habe äh dabei habe ähm ich glaube jetzt muss ich die lampe hier ausmachen dann müsste das mal hoch gehen achso fuck äh ich hätte mich drauf stellen müssen aber im prinzip war richtig so machen wir die lampe weg so dann haben wir es na komm die mich rauf scotty hä war schon wieder nicht drauf wie jetzt was geht denn da hoch achso hier achso ich muss mich beeilen ok ich dachte da wo ich drauf stand da würde hochgehen so jetzt sehe ich es auch so easy im drinnen anlauf na gut super jub nicht gut so wo gehen wir lang immer hier lang ok eine tür die sogar auf ist wow ach ja leichte beute für mich da war irgendwas mit den bildern hier und jetzt wieder zu spoilern bangstoß und die machen wir so kalt ok geht jetzt die tür auf nein es war irgendwas mit den bildern hier es regiert manchmal nicht wenn ich drücke muss man gerade was gucken ok batterie sind noch voll sehr schön ah das konnte ich mir irgendwie merken uuuh fail ok das war irgendwie eine falle aber da sind doch noch bilder oder ja dann müsste das der richtige sein oh hab ich getroffen ja gut aber gott sei dank konnte ich mir das merken weil sonst hätte ich hier lange gebraucht an der stelle da weiß ich nämlich noch von früher ich glaube da habe ich früher sogar mal nachgeguckt deshalb konnte ich mich da noch dran erinnern wo zwei so riesen da bringt es eigentlich was wenn ich hier den morgenstern benutzen da machen wir euch so kalt oder sie mich oder sie mich so ja zwei sind schon heftig es gibt ja so eine so eine arena ich weiß nicht ich glaube ich habe davon schon erzählt wir sind in der wüste da muss man so eben nur runter gehen also immer so in räume dann gegen am anfang sind dann dann sind das gleiche gegner und es wird immer schwieriger und man muss kann da kann man gucken wie weit man kommt wie weit runter und ich glaube die sind da auch irgendwann ich habe das noch nie ganz geschafft aber auch nicht wirklich oft probiert und im let's play wollte das sowieso nicht sein aber das dauert auch zwei sind heftig weil einer immer zu steckt irgendwie wow ihr seid nice ja genau deshalb ich wollte jetzt angreifen oh leckt mich doch komm jetzt aber da sind denke ich auch noch herzen drinnen jetzt kommt alter boah jetzt kommt doch mal ja nicht so boah die sind aber ich habe hier schild immer oben oder meistens ja so jetzt aber komm jawoll zwei weiter auf einmal aber er hat sein schild nicht mehr so jawoll aber ich muss aber jetzt aufpassen gegen herzen oh fuck da wäre ein herzen drin ah eins wie kein herz alter komm schon jawoll jetzt ist die frage jetzt ist die frage wen zuerst oh leck die sind heftig 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 oh der jetzt kette nervt so jetzt ist jetzt ist er auch so im straß okay da war ein herz da brauche ich aber okay das dauert aber die sind auch zwei stück sind nicht leicht komm jetzt steht endlich jawoll das dauern ja komm ja komm ja heute haben wir auch gleich na komm ich schüttel mir einen ab meine fresse herzen hui das das hat gedauert starke gegner welcher ist jetzt aufgegangen die da geht es nur zu unserer truhe super hätte ich überhaupt machen müssen hä uah nicht runterfallen ach so da ist eine truhe kompass ne ist wahrscheinlich so robin toll toll war nicht auf dem kronleuchte irgendwas keine ahnung oh okay oh die bleibt auch passiert irgendwas wenn ich die fackeln ausmache nö ging gar nicht aus ähm die frage ist jetzt wie komme ich da hin weiß es gerade nicht ich glaube ich muss noch mal kurz zurück vielleicht von der anderen seite irgendwie ich gehe erstmal hier raus kurz ah die truhen sind wieder da da habe ich ein herz drin Moment da will ich was probieren ich glaube die gehen nämlich kaputt ja bringst du was nö ich gehe kurz mal raus wir müssen denke ich ja eh wieder rein da kann ich lang laufen okay oh der master schlüssel gut gut den baue ich natürlich auch ja mach schieß dein feier ja oh oh super da hilft uns wohl jemand ein vogel eine eule oder so ne oh wir haben freunde süß die haben wir alle kennengelernt hallo ja er mit seiner fetten kanone das war ja lässig hier wenn wir ganz gleich an den master schlüssel hm was wird hier wohl drin sein master schlüssel gut dann müssen wir hier nur noch hoch gelangen karte bräuchten wir aber noch und äh herzen hätte ich auch gerne ja aber nicht schlimm wenn ich sie nicht bin obwohl ich in jedem dungeon bekommen habe aber gut das ist das Schloss kam ja nicht als normalen dungeon werten also es geht ne ich habe keinen Schlüssel scheiße ich dachte da komme ich irgendwie dann zur Truhe da ist zu oh hemmt die mir jetzt wieder ach das ist so ein ding hab ich den Greifhang nein so oh hol dein Schild raus komm Junge Schild jawoll toll idiot oh das war dumm das war ich dachte der fliegt nochmal weg oh ich hätte ihn kriegen können aber egal dann halt nochmal na komm zeig dein ding hallo geht da ok kommt noch so einer von denen oder war es das nice so was haben wir hier ein Schlüssel wäre geil könnte ich nämlich durch die Tür da ein Schlüssel wow klappt doch ich finde die sehr gut weee ah scheiße auf die Kiste aber da ist ja noch eine Tür ne da komme ich aber nicht rein aber jetzt eigentlich müsste ich zu der Truhe gelangen ich weiß nicht ob das die richtige ist achso ne oh das ist ein anderer Raum oh fuck das wollte ich jetzt eigentlich nicht ich glaube ich muss nochmal zurück weil ich will schon gerne zur Truhe was ist das denn oh da geht schon hoch weil wir sind so kurz davor ne ich habe echt gedacht das dauert viel länger keine Ahnung aber ja ihr kennt mich ich möchte alles haben ich möchte zur Truhe möchte ich auch noch in dem Part zeigen weil wir müssen ja sowieso gleich mal einen Cut machen und dann zeigen wir das im nächsten zeige ich das im nächsten Part bin ich von hier gekommen ja ne ja da war ich auch schon genau das war mit den Bilder da ging es nämlich auch noch nach links in der Truhe waren nur Rubine oder Moment war da Rubine drin ja das ist halt dumm weil ich mein Sack ist halt voll meine Geldbörse und dann wird die wieder verschlossen und vergesse ich manchmal ob ich die schon geöffnet hatte gut gut oh ne ich hoffe da kommen nicht schon wieder so Ritter ich habe ich gesehen äh oh da sind noch noch ein paar hier noch ein ne Wasser oh fuck oh fuck ich muss schnell sein mach mal die Lampe weg unnötig Strom unnötig Öl gut muss mich beeilen es sind nur vier ne ok ich bin ja eben dumm gelaufen also von daher müsste das eigentlich klappen was 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 wie langsam wie schnell gehen die aus was gesagt haben wir irgendwas hinter dem Bild oh was ist das ich sehe das gar nicht ah achso ich das ist eine Reihenfolge zuerst die dann die dann die aber wie denn hab doch richtig gemacht weil die gehen so schnell aus wie bleiben die denn länger an was ist das achso das Bild ähm weiß ich jetzt gerade nicht klingt das was ah ah hoh oder war ist das falsch eingezeichnet das muss ne hier schon wieder aus achso moment das wird von hier angezeigt oder das habe ich doch gemacht oder so dann so dann so dann so und die ist schon wieder aus ich pack das nicht warum dann machen wir halt mal zuerst die ah die bleibt an ah weil die richtige ist ich hab den oder ne die ist aus toll wie jetzt ich mach doch richtig so wo warte es mal oder ich muss echt rollen okay entweder habe ich den plan im falsch rum gelesen oder ist eigentlich egal wie rum oder ich es war so es hat geklappt weil ich gerollt bin keine ahnung gut war ein bisschen dumm gelaufen hat es wieder Zeit gekostet oh ne na komm Freunde die mache ich noch kalt in dem Porn oh das sind auch so oh das kann auch wieder da achso ja komm oh okay die wehren sich oh na komm oh das war nice der andere ist schon tot und der auch gut die waren nicht so böse wie die anderen ok beide Türen sind auf da geht's da ah da geht's ah da geht's raus ok da waren wir da brauchen wir nicht mehr raus aber wir wollten uns ja die Truhe holen und ich denke wir können der können jetzt da irgendwie rüber oder achso ein Schalter ah der Kronenleuchter jetzt können wir ja rüber irgendwie denke ich mal die Kronenleuchter der Kronenleuchter wurde angezeigt und jetzt äh verstehe ich das nicht was ist jetzt mit dem Kronenleuchter hier oh ne was wenn ich da die Schuhe anziehe die Stiefe nix ich verstehe es gerade nicht ähm was ist jetzt mit dem Kronenleuchter was ist jetzt mit dem Kronenleuchter achso ja aber bin überfragt ich springe mal ganz runter da komme ich doch jetzt dran achso ah und jetzt komme ich wahrscheinlich nach oben dran nein das hätte ich jetzt gedacht das hätte ich jetzt gedacht gut ich komme halt jetzt wieder hier hoch okay das ist dann nur damit ich nicht mehr zu weit gehen muss aber wie kommen wir zu der fucking Truhe da hinten der Kronenleuchter wo waren die Karte achso da ist ein Raum oh bin ich dumm oder so ne die hab ich doch welche Truhe war das denn hinten die keine Ahnung ich muss da muss ein bisschen rum gucken und ich wollte muss hier auch mal den Part wenden ach da hinten ist die Truhe achso Moment oh wie dumm kommt der ganz leicht hin wenn ich jetzt richtig geschockt hab ja toll da kommen wir ganz leicht hin super war doch gar nicht so schwer was haben wir denn hier toll 2 Minuten ja nun gut da oben waren auch nur Rubine drin ne oder ja ich glaube schon gut aber wir kommen ja gut voran wir sind ich denke im nächsten Part kommen wir dann zu Gennendorf aber bis dahin würde ich sagen das war's für diesen Part und wir sehen uns im nächsten macht's gut und tschau tschau ko du bist du